Hallo, ich bin's Uschi Glas und diese CD ist wirklich der Wahnsinn. Jammeram, Shout It From The Rooftops, ich weiß nicht was das heißt, aber es ist auf alle Fälle super toll. Und diese CD gibt es ab dem 25.04. beim Plattendealer um die Ecke. Ich hab's jetzt daheim und ich freue mich richtig drauf.